Hallo liebe Zuschauer! Heute stellen wir euch die Kinderspiele vor, die man gemeinsam spielen kann. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spiele-Blog zu euch nach Haus. Der eine oder andere hat es sich gewünscht, endlich ist es soweit. Wir sind bei den kooperativen Kinderspielen. Das heißt, man gewinnt gemeinsam oder verliert gemeinsam. Die Alina gibt mir pro Spiel zehn Minuten Zeit, hat sie gesagt. Nee, eine Minute. Eine Minute, okay, ihr wisst es. Papa hat jetzt ein bisschen Stress, aber ich stelle euch die Top-Spiele vor. Kinderspiele und habe jeweils eine Minute Zeit. Die Mama sitzt da drüben, die schaut auf die Uhr, dass ich auch nicht allzu viel erzähle. Ihr kennt das Prozedere, das erste Spiel wird auf den Tisch gelegt und dann habe ich Zeit, euch das Ganze zu erklären innerhalb von einer Minute. Oh, die Alina legt es mal auf den Stuhl, das hat sie letztes Mal auch gemacht. Okay, jetzt habe ich Zeit. In dem Fall natürlich hier das Spiel verfuchst aus dem Hause Game Factory. Das ist ab fünf Jahre zwei bis vier Spieler. So, man sieht hier hinten, das ist so ein kleines Detektivspiel, weil der Fuchs hat das Ei gestohlen und den wollen wir natürlich haben. Aber wir müssen rausbekommen, die Person. Wir müssen also abschätzen, wir müssen selber laufen über das Spielfeld. Ein richtig schön kooperatives quasi Detektivspiel, wo man im Ausschlussverfahren auf die Spur kommen muss. Und allerdings wird hier auch gewürfelt. Das heißt, je nach Würfel entscheidet ihr euch, euch zu bewegen, Beweise zu sichern. Je nachdem geht auch der Fuchs weiter. Ist ein wirklich sehr schönes, schnelles Spiel. Sieht ungewöhnlich aus von der Grafik, spielt sich aber unabhängig von der Spieleanzahl wirklich sehr gut. Also zwei bis vier Spieler ist wirklich klasse. Angegeben ist das Ganze ab fünf, wenn die Kinder wirklich schon fit sind, funktioniert es zu fünft. Ansonsten Tendenz eher ab sechs Jahre. Kitzig! Okay, aber wie gesagt, erstes Spiel, kooperatives Kinderspiel. Ist übrigens, glaube ich, schon ausgezeichnet worden. Nein, nein, ich darf hier noch eins, muss ich dir drauflegen. Okay, dann nehmen wir das, weil die Alina, die mag das Spiel. Wenn ich das Spiel nicht gezeigt hätte, hätte ich wahrscheinlich Ärger bekommen von der Alina. Ein Horn Glitzerglück. In dem Fall ab vier Jahre. Ein richtig schönes Kinderspiel. Zwei bis vier Spieler. Und man sieht hier hinten drauf, kann ich ja immer zeigen. Man sieht hier, dass man gemeinsam agiert, gemeinsam eine Party feiern will. Derweil sucht hier Alina schon das nächste raus. Eine Party für Rosalie! Genau! Oh, genau, weil es gibt verschiedene Einhorn Glitzer Glücksspiele. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf schauen. Die anderen haben wir auch, die sind auch super. Und hier wird gedreht, es werden Edelsteine gesammelt. Man versucht, auf die einzelnen Personenbrettchen zu kommen, die jeweiligen Partner zu finden. Das geht richtig schnell, ist einfach. Altersangaben mit vier Jahren passt. Auf jeden Fall. Also, insbesondere für Mädchen aufgrund der Farbe natürlich eine klare Empfehlung für Kinder. Ab vier Jahren ein wirklich schönes Spiel. Hat die Alina, glaube ich, weiß gar nicht, mit vier auf jeden Fall drei. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Mit vier und drei. Mit drei auch schon. Also, wie gesagt, Alina ist fit. Aber vier Jahre passt. Auf jeden Fall. So, was haben wir jetzt? Karuba. Hey, Karuba gibt es doch auch. Ja, es gibt einen Karuba. In dem Fall eine Junior-Version. Auch ein kooperatives Spiel aus dem Hause Haber. Kann man alleine spielen. Aber hey, kooperativ. Also, eins bis vier Spieler gehen auf jeden Fall angegeben. Das Ganze ab vier Jahre ein recht einfaches Spiel. Und es darum geht, wir sind praktisch hier, ja, gestrandet. Wir suchen nach Schätzen. Wir ziehen quasi Plättchen rechts. Simpler, ganz simpler Mechanismus. Durchaus, je nachdem, für Kinder ab drei schon geeignet. Wo wir versuchen, einen Weg zu den Schätzen zu bauen. Gleichzeitig hoffen wir natürlich nicht, dass das Piratenschiff vorankommt und in unsere Richtung fährt. Das heißt, hier ist natürlich ein Glücksfaktor dabei. Etwas Taktik ist dabei. Weil hier geht es ja darum, das Plättchen passend anzulegen. Das heißt, den richtigen Weg zum Schatz zu legen. Und das ist das einzige Element, wo die Kinder etwas nachschauen müssen oder überlegen müssen. Aber deswegen passt auf jeden Fall die Altersangabe. Karuba gibt es ja so eine Serie auch für ältere Kinder in dem Fall. Und die sind ja durchaus auch erfolgt. Ja, ich bin hier ruhig. Was hast du denn jetzt? Oh, tief im Griff. Aus dem Hause Amigo. Auch ein kooperatives Spiel für zwei bis vier Spieler. Ne, zwei bis sechs Spieler. So war es. Wir haben es nämlich auch mit fünf schon Spieler gespielt. Ab fünf Jahre. Und um was geht es denn da? Sieht etwas ungewöhnlich aus. Ja, von der Grafik ist es aber auch ein richtig schönes Spiel. Weil wir sind Schiffe, äh Schiffe, wir sind Fische. So muss ich sagen. Wir sind Fische und tauchen hier und müssen uns Plätzen platzieren, um natürlich hier Plättchen aufzudecken. Das heißt, weitere Meerbewohner zu holen, bevor wir hier anlang dieses Systems wieder im Ziel landen. Und vorher müssen wir natürlich hier die passenden Plättchen dann aufdecken. Es gibt die in verschiedenen Werten von eins bis vier. Das heißt, etwas Taktik auf jeden Fall dabei. Man verliert hier auch öfters mal. Das heißt, hier muss man auch durchaus etwas lernen. Unabhängig von der Spieleranzahl auch richtig schön. Sechs ist natürlich schon extrem. Ich würde mal sagen, fünf ist schon grenzwertig. Aber zwei, drei, vier Spieler können das auf jeden Fall super spielen. Können auch Kinder durchaus greifen. Da muss ich noch schnell was gucken. Okay. Aber... Da bekommst du nur den Deckel. Ich bekomm nur den Deckel zu SOS Dino. Ein Loki-Spiel. Au. Ab sieben Jahre. Mit wirklich so süßen Figuren. Man sieht sie hier am Rande nochmal. Hier sieht man die Schachtel in dem Fall. Ein wirklich sehr schönes Spiel. Eins bis vier Spieler. 25 Minuten Spielzeit. Warum hier? Da sieht man nämlich die Dinos. Das sind so 3D-Miniaturen. Das ist ein richtig schönes Kinderspiel. Das heißt, die Kinder steuern die Dinos, die die Alina jetzt natürlich wieder anschaut. Durch die Landschaft. Gleichzeitig bricht aber ein Vulkan aus. Und wir müssen uns unseren Weg ebnen und vorankommen, um gewisse Ziele zu erfüllen. Das macht den Kindern richtig Spaß. Ist angegeben ab sieben Jahre in dem Fall. Hier sieht man es übrigens nochmal. Das Material ist richtig schön gemacht. Ich zeige jetzt auch nochmal die Rückseite. Hier sieht man, wie die Lava entlang läuft. Das funktioniert richtig toll. Sieben Jahre auf jeden Fall. Der Elias, mit dem haben wir auch die Videos gemacht. Ich glaube, zu allen den bisher gezeigten Spielen gibt es auch Videos. Da könnt ihr reinschauen. Ab 6 Jahre passt es auf jeden Fall von der Altersangabe. So, jetzt brauche ich schon etwas Platz. Was hast du denn jetzt? Oh, Drago Tuku. Ein Spiel, das die wenigsten wohl kennen. Logis, ein Verlag, den meistens auf der Messe finden. Die jetzt beispielsweise in Essen. Das ist auch ein kooperatives Spiel. Ab 5 Jahre steht drauf. 2 bis 4 Spieler. Und wir bauen hier gemeinsam eine Burg. Klar, kooperative Spiele stelle ich euch ja vor. Man sieht hier die schönen Drachen, die einem natürlich im Weg stehen. Und je nachdem kann man nicht mehr laufen. Weil glücksbetont ist das Ganze. Man würfelt und je nachdem, was man würfelt, führt man hier Aktionen durch. Beziehungsweise bewegt sich und geht so einen Rundkurs entlang und baut dann quasi die Burg fertig. Was recht schnell geht. Aber die Gewinnwahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ich würde mal sagen 80%. Wir haben jetzt bestimmt 30, 40 Partien gespielt. Mit dem Elias auf jeden Fall. Da gibt es glaube ich auch ein Video. Die Alina darf bald ran. Wie gesagt, das ist ab 5 Jahre. Ist nicht schön. Auch von der Illustration. Ich bin schon. Ich bin bald 5. Ja, und das kann die Alina jetzt schon spielen. Also, es steht zwar ab 5 drauf, aber 4 Jahre, je nachdem, mit etwas Zuarbeit von anderem passt auf jeden Fall. So, KidsDog. Der eine wird sich denken. Papa, 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 das haben wir im Kinderhaut. Naja, das zeige ich auch gleich. KidsDog, warum zeige ich denn das überhaupt? Das kann man doch auch einzeln spielen. Ja, aber ich wollte es euch unbedingt zeigen, weil zu viert ist das Spiel richtig cool. Und Doc kennt der eine oder andere. Und Doc spielt am liebsten zu viert oder zu sechst. Hier ist es angegeben für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahre Gesundheit. Und es ist ein Spiel, in dem Fall mit Hunden, wo man agiert in aller Mensch ärgere dich nicht. Aber Mensch ärgere dich nicht könnt ihr spielen, wenn ihr ein cooleres Spiel wollt mit Karten, was mehr, mehr Spaß macht. Viel mehr Spaß macht. Und was man auch zu 2, zu 3 wirklich sehr gut spielen kann. Ich rate immer 2 oder 4 Spieler und deswegen auch 4, weil hier spielen 2 Spieler gegen 2 Spieler. Um hier die Hunde in die Hütte reinzubekommen, was man hier sieht. Und das Ganze funktioniert mit Karten. Man würfelt hier nichts, sondern es werden Karten ausgespielt. Und das Spiel macht richtig Laune. Wie gesagt, das Doc für Familien gibt es auch. Ist auch eine Empfehlung, dass ich wirklich aussprechen kann. Gerade wenn ihr oft zu viert oder zu sechst spielt. So, Leo, das haben sie im Kinderhaus. Und was haben sie noch im Kinderhaus? Die passende Matte. Die habe ich nämlich hier. Das heißt, Leo muss zum Friseur. Die haben wir auch im Kinderhaus. Oder mir. Das hat die Alina und der Elias im Kinderhaus. Ein richtig tolles Spiel. Hier sind die ganzen Auszeichnungen gar nicht drauf, weil ich eine frühere Variante habe. Hier in dem Fall. Das Spiel hat etliche Preise. Alina, ich muss ganz kurz rumgehen. Man sieht hier die Preise. Warum am Durchstart haben wir immer nur ein Bett? Ja, weil der Leo muss zum Friseur. Der hat eine lange Mähne natürlich. Aber das ist so ein Memo-Prinzip gleichzeitig verbunden mit Uhrzeit. Uhrzeit lernen, Uhrzeit einstellen. Man spielt Karten aus. Die Kinder sind durchaus etwas gefordert. In dem Fall auch ab 6 Jahre passend von der Altersangabe. 2 bis 5 Spieler. Die Matte braucht ihr nicht unbedingt. Die haben wir jetzt einfach dazu. Weil man es natürlich einfacher ist, die Karten auszulegen. Aber eine klare Empfehlung. Also wo ich es auch im Kindergarten schon vorgestellt habe, das Spiel an Elternabenden. Da kam das Spiel auch super an. Das haben sich die meisten gut. Mittlerweile ist es auch ein Kinderhaus. Es sind viele Spiele von denen auch dabei. 2 bis 5 Spieler. 30 Minuten. Klare Empfehlung. Also da macht ihr auch nichts falsch. Oh, nochmal eine Empfehlung. Aber ich habe ja nur sehr gute Spiele ausgewählt. In dem Fall Zauberei hoch 3. Ab 6 Jahre Pegasus. Roter Rand ist 6. Ich habe euch schon viele Spiele, Kinderspiele, auch Kinderspiele aus dem Hause Pegasus vorgestellt. In dem Fall 2 bis 6 Spiele. Ein richtig tolles Spiel. Auch von den Illustrationen richtig toll gemacht. Liebe Grüße an die Autoren. Das ist echt ein tolles Kinderspiel. Weil die Kinder, die sind nachts aus der Schule raus. Und dann haben sie gemerkt, oh, wir werden hier vom Otto, glaube ich, von einem Geist verfolgt. Und sie müssen so schnell wieder zurück. Da auch so ein Memo-Spiel dabei mit Würfeln, wo man sich Sachen merken muss, Plättchen aufdecken muss, damit man quasi wieder hier vorankommt und zurück in die Schule sich bewegt. Mit so einem 3D-Gelände. Das ist richtig schön gemacht. Ein wirklich sehr schönes kooperatives Kinderspiel. Was 5, 6-Jährige auch wirklich, also ab 5 durchaus schon spielbar ist. Weil gerade bei kooperativen Spielen hilft man sich ja gegenseitig. Man spielt gemeinsam bei so einem schönen Spiel. Und da ist auch dieses Spiel wirklich eine Empfehlung. Wo ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Ui. Oh, jetzt wird es groß. Jetzt kommen wir zu Captain Black. Das Spiel, muss ich das hinschauen, haben wir euch auch schon vorgestellt. Ich glaube, alle Spiele gibt es schon Videos. Das eine oder andere verlinke ich jetzt auch. Ein Piratenspiel. Und das Piratenspiel ist wirklich so groß, wenn ihr das aufbaut. Und man agiert hier mit einer elektronischen Komponente. Das heißt, man agiert hier natürlich mit dem Captain Black. Captain Black, den bedient man. Der gibt laute von sich Befehle. Er hat gewisse Aufgaben. Man muss das Ziel erreichen. Man muss Wasser abpumpen. Es kommt ein Brand auf dem Schiff. Man muss den löschen. Gleichzeitig versuchen, Piraten hier das Schiff zu erobern. Viele Elemente. Oh, und wenn ihr Pirat-Fan seid, ihr Kinder habt, die stehen auf Piraten. Das Ganze ist übrigens ab 6 Jahre für 2-4 Spieler. Dann seid ihr bei dem Spiel genau richtig. Weil das natürlich auch vom 3D-Element wirklich optisch richtig toll gemacht ist. Das sehr variabel ist. Aber wenn man nicht aufpasst, verliert man. Es gibt unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad, die man einstellen kann auf jeden Fall. Die geht schon leicht auf. Aber wirklich sehr schön. So, da haben wir es nochmal. Jetzt schiebe ich das rüber. Hast du schon das nächste hingelegt? Mino und Tauri. Ihr spielt gern zu zweit kooperativ mit Kindern. Das ist richtig cool. Das Ganze ab 6 Jahre angegeben ist. 2-4 Spieler. Man kann es auch zu viert spielen. Ich spiele es am liebsten zu zweit. Gemeinsam. Und das Coole ist, pass, schau dir mal an. Man sitzt sich hier gegenüber. Und man agiert quasi mit so einem Magnet. Das heißt, wenn ich hier den Magnet habe, dann geht der andere mit. Das heißt, die bewegen sich gleichzeitig. Allerdings hat man so ein Labyrinth. Das heißt, man darf nicht über die Felder drüber fahren. Das heißt, ich muss sagen, kommst du hoch? Nein, ich komme nicht hoch. Okay, ich gehe rüber. Kommst du hoch? Und man muss die verschiedenen Zielkarten ansteuern. Das macht richtig Spaß. Ist natürlich hektisch. Man kann es auch ohne die Uhr erstmal spielen. Ohne die Sanduhr, wo dabei ist. Da funktioniert es auf jeden Fall auch super. Gibt es austauschbare Pläne. Je nach Schwierigkeitsgrad solltet ihr euch auch mal anschauen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber gerade wenn ihr zu zweit gerne spielt, zu dritt, zu viert, funktioniert es auch. Aber insbesondere zu zweit kooperativ macht das richtig viel Spaß. Also auch wieder eine Empfehlung. Schaut mal das Cover an. Das ist doch echt toll. Also gefällt mir natürlich. Und der Name ist auch sehr witzig. Ich bin hier ruhig. So, und jetzt kommt... Oh ja, da kommen zwei Spiele. Beziehungsweise das eine sehe ich schon. Kommt noch ein Video. Je nachdem, wenn ihr das Video hier schaut, ist es schon online. Ansonsten, wenn ihr es gleich schaut, da gibt es noch kein Video. Es steht auf der To-Do-Liste. Ich stelle es euch auf jeden Fall mal vor. Wer war es? Das fehlt quasi fast in keinem Kinderzimmer, wenn man gerne spielt. Das Ganze ist ab sechs Jahre zwei bis vier Spieler. Und man sieht hier auf der Rückseite, so muss ich es halten, wir befinden uns im Gebäude. Wir suchen Tatverdächtige. Das Ganze hier mit so einer elektronischen Komponente, die man bedient, die Vorgaben dann gibt. Man muss im Prinzip durch einzelne Zimmer gehen. Ja, Aktionen ausführen. Das Ganze wird hier auch angegeben, was für Möglichkeiten man hat. Man muss mit Tieren sprechen. Und das ist akustisch, aber auch spielerisch richtig gut umgesetzt. Jetzt muss ich nach hinten schauen. Wer war es? Das zweite Abenteuer haben wir auch. Da hinten steht es. Stelle ich vielleicht in dem Zuge auch vor. Aber Favorit ist immer noch Wer war es? Teil 1. Das ist ein tolles Spiel, wo man wirklich sehr schnell drin ist. Verschiedene Schwierigkeitsgrade hat. Und toll und sehr gut funktioniert. So, und das Gleiche, schnappt Hubi, kommt auch noch ein Video. Ich wiederhole mich, machen wir noch. Gegebenenfalls ist es schon online, wenn ihr das Video hier zum späteren Zeitpunkt anschaut. Schnappt Hubi, auch ein Spieler aus dem Hause Ravensburg. In dem Fall ab 5 Jahre. Alina, du kannst es nämlich auch schon mitspielen. Also, wer spielerfahren ist, durchaus ab 4. Der Alia spielt es auch wahnsinnig gern. Sehr variabel. Ja, und schnappt Hubi erklärt sich quasi von allein. Das Tolle ist, und jetzt zeige ich es wieder hier in der Kamera. Wir haben hier so ein 3D-Gelände, was so aufgebaut ist. Und man muss sich natürlich durch die einzelnen Räume schlängeln. Je nachdem. Auch hier die elektronische Komponente dabei. Und wir müssen natürlich Hubi fangen. Das heißt, wir müssen in zwei gegenüberliegenden Räumen stehen. Und da gibt es sehr viel Variabilität. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich gut anpassen. 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahre, wie gesagt. Auch könnt ihr zu 2, zu 3, zu 4 gut spielen. Und macht richtig viel Laune. Und den Kindern gefällt es. Sieht sehr auch wirklich toll aus. Und gerade, wenn man es als Geschenk vorsieht, es macht auch einiges her. Und funktioniert super. So, das letzte Spiel. Müssen wir mal schauen. Genau. Aber dazu habe ich in dem Fall schon ein Video gemacht. Magic Maze. Die Großen unter uns, die kennen es wahrscheinlich. Gibt es da jetzt auch eine Erweiterung für die Familien, beziehungsweise Kennerspieler. Man unterhält sich in dem Spiel nämlich nicht. Das ist die Kids-Version. In dem Fall ab 5 Jahre. Und man spielt es über mehrere Szenarien. Man agiert hier. Jetzt hoffe ich, sieht man hier auf dem Hintergrund. Ja, man hier sieht hier einen Plan. Man hat aber Pfeile. Und nur in die Pfeile darf man sich vorwärts bewegen. Man steuert alle Figuren. Ich kann nur in diese Richtung zum Beispiel fahren. Man unterhält sich aber dabei nicht. Das heißt, ich kann nur sagen, quasi mach endlich. Du musst nach oben. Ich kann nämlich nicht nach oben fahren. Und muss verschiedene Zielfelder ansteuern. Anfänglich ohne Zeit, später mit Zeit. Und die Szenarien bauen auf. Und gerade, wenn Erwachsene es mögen und sagen, für Kinder ist es noch zu schwer. Dann ist diese Version wirklich sehr gut. Schaut mal in das Video rein, was wir gemacht haben. Den Kindern gefällt es. Die kriegen von Szenarien fast gar nicht genug, weil es richtig viel. Spaß macht. So, das waren alle Spiele, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe. Kinderspiele. Es gibt natürlich auch für die Erwachsenen noch was. Das ist auch geplant. Beziehungsweise je nachdem auch schon online. Ihr habt ja eine bunte Auswahl. Es geht jetzt hier um kooperative Spiele für Kinder. Wo man wirklich gemeinsam spielen kann. Auch jüngere Spiele an das Spiel heranführen kann. Einfach Tipps geben kann, wenn man sagt, komm, vielleicht schafft er das schon. Dann kann man ja immer Mithilfe geben. Und dafür sind ja solche Spiele sehr, sehr beliebt. Kooperative Spiele sind nach wie vor sehr beliebt. Ich hätte noch bei weitem mehr hier hochholen können. Ganz schlimm wird es, wenn ich mir die Ecke anschaue, wo ich mir vorbereitet habe für die Erwachsenen Spiele. Da gibt es nämlich richtig, richtig viele. Aber auch im Kinderbereich gibt es sehr viele Spiele, die sehr viel Spaß machen. Und wie gesagt, es gibt glaube ich zu allen Videos, außer wie gesagt die zwei großen mit Wer war's und Schnapptubi. Da mache ich auf jeden Fall noch was. So, die Alina ist schon am Schauen, was sie spielen will. Deswegen kann ich quasi den Spruch ja ganz alleine sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt es uns ein Nauen hoch oder ein Abo. Von meiner Seite sage ich ein Tschüss. Schmerz Gutes. Bis bald. Alles bald. Und danke fürs Zuschauen. Und danke für die vielen Abos. Ihr seid echt unglaublich. Und tschüss. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblog zu euch nach Haus.